Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserer Lesung Gras und sein Danzig. Gras starb morgen vor einem Jahr, vor genau einem Jahr in Lübeck. Geboren wurde er in Danzig Langfuhr. Danzig zählt zu den Kernregionen unserer Sammlungs- und Forschungstätigkeit hier im Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung. Und deshalb möchten wir uns heute mit Gras und eben Danzig beschäftigen. Es kann nur eine Auswahl sein, was wir Ihnen bieten. Eine Auswahl vor allem aus historisch-politisch-regionalem Interesse, konzentriert auf Danzig und die deutsch-polnischen Beziehungen. Bei Google finden Sie allein 600.000 Treffer zu Gras. Wir haben davon etwas ausgewählt, um Ihnen einen doch nicht allzu langen Abend dann heute zu bestreiten. Wir möchten einige Auszüge lesen aus seinen Werken, die in über 12 Millionen Exemplaren vorliegen, in ganz vielen Sprachen übersetzt. Heute können Sie in Danzig auf Gras Spuren wandern oder Straßenbahn fahren nach seinen Werken. Wir möchten Sie zu einer kleinen literarischen Reise einladen. Den Anfang, wie meine Kollegin sagte, sollen einige Äußerungen von Gras selbst machen, so wie er Danzig sah, außerhalb eben seiner Werke. Hans-Marx und Enzensberger schrieb einmal beim Erscheinen von Katz und Maus, dem zweiten Band der sogenannten Danziger Trilogie, Schauplatz ist Danzig, hier wie in der Blechtrommel. Dass diese Stadt in die deutsche Literatur Einzug hält, erst jetzt, da sie den Deutschen endgültig verloren ist, darin liegt mehr als eine historische Ironie. Eine Eroberung wie diese setzt den Verlust voraus. Die große Danzig-Saga ist eine Suche nach dem verlorenen Raum, unerreichbar und unerschöpflich. Doch deutlich wie Vineta in der Luft liegt Danzig auf dem Grund der Graschen-Prosa da. Oder wie Gras selbst es gesagt hat, mir kam es darauf an, eine Stadt erstehen zu lassen. Und da war Danzig das Naheliegende für mich. Danzig kannte ich und Danzig wollte ich auch für mich wieder neu erstehen lassen. Wie ja überhaupt Literatur, man kann so viel reden, wie man will, in erster Linie eine Angelegenheit des Autors ist. Und die Erinnerung an Danzig war bei mir, bevor ich das Buch, er meint die Blechtrommel, geschrieben habe, recht schwach. Sie ist erst mit dem Schreiben wieder neu entstanden. Wir sehen jetzt hier auf einigen Folien Danzig, Sie hatten es eben schon in der Architektur gesehen, einige herausragende Gebäude, die Marienkirche, den Stockturm, der auch in seinen Werken immer wieder vorkommt, von dem aus er die Scheiben des Theaters zersungen hat, dann die Gesamtansicht mit dem Krantur. Wir haben jetzt danach die Folie Polen und Danzig einzuordnen, auch geografisch für die, die nicht so firm sind in der Geografie, an der Ostsee gelegen. Durch die polnischen Teilungen kam es eben dann an Preußen. Auf der nächsten Folie sehen wir das mal von der anderen Sicht, eben innerhalb des Deutschen Reiches, um auch die Perspektiven abschätzen zu können, wo hat Danzig eigentlich seinen Platz gefunden. Wenn wir noch eine Folie weitergehen, sehen Sie hier die Situation in Polen, das eben neu entstand nach dem Ersten Weltkrieg. Und in der kleinen Karte diese Exklave, der Freistaat, der Reichstaat, der freien Reichstaat Danzig, die ja eben maßgeblich den Hintergrund geliefert hat für die Blechtrommel und die folgenden Romane. Also praktisch als Keil zwischen eben dem, oder der polnische Korridor trennt eben Danzig vom Reich. Und gleichzeitig alle, die nach Ostpreußen fahren wollten, mussten eben über das polnische Territorium fahren, um ins Reich zu kommen. Das nächste Bild soll nur kurz einige Daten Ihnen vor Augen führen, die immer wieder vorkommen werden, bei denen, wenn man Gras liest, Polen eben neu gegründet nach dem Ersten Weltkrieg, dann eben die fünfte polnische Teilung im Zweiten Weltkrieg, mit den Daten wie Kartyn, dem Ghettoaufstand, dem Warschauer Aufstand. Dann nach 1945 wurde Polen eben Teil des Ostblocks, also sowjetisch beherrscht. Und erst 1989 konnte sie das sowjetische Regime abschütteln. Und seit da rechnet eben die sogenannte Dritte Polnische Republik. Namen wie eben Masowiecki stehen für die erste freie polnische Regierung. Geboren wurde Günther Wilhelm Gras am 16. Oktober 1927 in Danzig-Langfuhr. Er zählt als der deutsche Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Grafiker, der den deutschen Roman eigentlich nach in den 50er Jahren auf Weltruhm geführt hat. Und die Blechtrommel zählt bis heute eigentlich zum weltweit bekanntesten, was in Deutschland geschrieben wurde. Gras, geboren in Danzig-Langfuhr, schreibt darüber, Es war einmal eine Stadt, die hatte neben den Vororten Ora, Scheitlitz, Schietlitz, Oliva, Emmaus, Praust, St. Albrecht, Schälmühl und dem Hafenvorort Neufahrwasser, einen Vorort, der hieß Langfuhr. Langfuhr war so groß und so klein, dass alles, was sich auf dieser Welt ereignet oder ereignen könnte, sich auch in Langfuhr ereignete oder hätte ereignen können. In Langfuhr lag eigentlich auch die Quelle meiner Literatur begraben und vergraben, hier in Danzig-Langfuhr, in Verhältnissen, die ich später zu beschreiben versucht habe, in kleinbürgerlichen Verhältnissen. Seine Familie besaß dort einen Kolonialladen, den allein meine Mutter unter dem Namen Helene Grass geschäftstüchtig führte. Der Vater Wilhelm, Willi gerufen, dekorierte das Schaufenster, kümmerte sich um Einkäufe bei Grossisten und beschriftete Preisschilder. Der Laden ging mäßig bis schlecht. An jeder Straßenecke gab es Konkurrenz. In meiner Familie war natürlich noch viel Ländliches drinnen. Zum Beispiel war bei meiner Familie von der Mutterseite her erst die zweite Generation in der Stadt. Ich, so schreibt er, bin ein typisches Mischprodukt aus dem Deutschen, Kaschubischen. Das ist spürbar. Dann kommt man gar nicht auf diese dumme Idee, sich national zu begreifen. Die Kaschuben überlebten als einzige auf diesem Gebiet. Vielleicht dank ihrer Vitalität. Sie mussten all die Völkerwanderungen durch ihre Gebiete überleben. Etwas von ihrer Vitalität steckt auch in mir. Eben dieses Kaschubentum. An anderer Stelle, während meines Besuches in Danzig treffe ich meine Verwandten, die weiterhin dort wohnen. Zwei von meinen Freunden arbeiten in der Danziger Werft. Viele sind Bauern. Intellektuelle sind in meiner Familie in der Minderheit. Ich habe nie behauptet, dass ich die Polen kenne. Ich muss zugeben, ich habe Schwierigkeiten, die Deutschen kennenzulernen. Meine Mutter war katholisch und hat sich, wie das so oft ist, als der stärkere Teil durchgesetzt. Meine Schwester und ich, wir sind auf eine recht lockere Art katholisch aufgewachsen. Es bestand zum Beispiel kein Zwang, jeden Sonntag zur Kirche zu gehen. Meine Mutter sah das gern, aber sie machte das auch nicht jeden Sonntag. Und ich bin im katholischen Sinn gläubig gewesen bis zum 19. Lebensjahr oder bereits mit dem 14. Da fing es an abzubröckeln. Dann sehen wir auf dem nächsten Bild seine Volksschule, die Pestalozzi-Volksschule und auf dem nächsten dann das Konradinum. Ich durfte, wie es hieß, aufs Gymnasium gehen, trug die traditionelle rote Gymnasiasten-Mütze, geschmückt mit dem goldenen C und meinte Grund zu haben, hochnasisch stolz zu sein, weil Schüler einer namhaften Lehranstalt, der die Eltern mühsam abgespartes Schulgeld in Raten zahlen mussten. Einer wie Malke, der Held von Katze und Maus, jemand aus meinem Jahrgang, der das deutsche Gymnasium damals erlebt hat, schon mit den vornarzistischen deutschnationalen Ausrichtungen, der Erziehung zum Heldenwesen, der ist natürlich nicht das Porträt eines bestimmten Schülers. Da haben viele unfreiwillig Modell gestanden. Er schreibt über seinen Vater in dieser Zeit. Mein Vater ist der typische opportunistische Mitläufer gewesen. Der ist 1936 in die Partei eingetreten. Ich habe ihn dann hinterher mal gefragt, lange nach dem Krieg, und er sagte, weil die Konkurrenz eintrat, habe sich das nahezu zwangsläufig ergeben. Und er habe auch das Gefühl gehabt, in einer großen Zeit zu leben. Da müsste man dabei sein. Gras wird mit zehn Jahren freiwillig Jungvolkmitglied und schreibt, er wollte weg aus dem kleinbürgerlichen Mief familiärer Zwänge. Ich bin, wie die meisten in Danzig, freiwillig ins Jungvolk gegangen. Das hatte einen ungeheuren Reiz. Ich bin gern zu diesen Jungvolkveranstaltungen gegangen, ins Zeltlager etc. Während die Hitlerjugend mit ihren Kameradschaftsabenden schon langweilig war. Da gab es schon Intrigen zwischen Ehrgeizlingen. Auch die Orientierung zur Partei hin wurde überdeutlich. Als 13-Jähriger nahm er an einem Romanschriftwettbewerb einer HJ-Jugendzeitung teil und schreibt, Daraufhin habe ich einen Roman angefangen mit 13 Jahren. Der spielte im Mittelalter und hieß Die Kaschuben. Er mischte alles Mögliche. Meine kaschubischen Verwandten haben mich immer fasziniert. Ja, geniert und fasziniert gleichzeitig. Es war etwas gleichzeitig Fremdes und Vertrautes, mit dem ich aufgewachsen bin. Ihre Mentalität, ihre Art, Realität zu erleben, hat mich fasziniert. Dieser Roman hatte leider den Fehler, dass am Ende des ersten Kapitels die Personen tot waren. Sie brachten sich, was völlig unkaschubisch war, alle um. Und es widerstrebte mir, sie als Geister auftreten zu lassen. So blieb es bei diesem einen Kapitel. 1960 schreibt er dann, anlässlich seiner dritten Polenreise im Wahlkampf gegen Kiesinger in der Bundesrepublik, Zitat, was nicht in den Wahlkampf gehörte, Während Kiesinger durch seine Propagandaarbeit nationalsozialistische Verbrechen deckte, wurden die letzten Danziger Juden ins Warschauer Ghetto, nach Auschwitz, nach Theresienstadt deportiert. Über diese Zeit der Judenverfolgung auch in Danzig hören wir nachher noch Zitate aus seinem Werk. Er schreibt dann weiter, an anderer Stelle, Die Vorbereitung des allgemeinen Verbrechens begann an vielen Orten gleichzeitig, wenn auch nicht gleichmäßig schnell. In Danzig, das vor Kriegsbeginn nicht zum Deutschen Reich gehörte, verzögerten sich die Vorgänge. Zum Mitschreiben. Für später. Und 1968 in einem Brief an Pavel Kohut. Deutschland hat nicht gegen den Willen der Sudetendeutschen und nicht gegen den Willen der Danziger Bevölkerung mit den gewalttätigen Annexionen begonnen und so einen Krieg verursacht, der Unrecht setzte und mit der Aussiedlung von neun Millionen Deutschen aus ihrer Heimat neues Unrecht provozierte. Doch zurück zur Zeit in Danzig, zum Jahr 1939. Hier sehen Sie eben Hitlers Einzug in der heimgekehrten Stadt. Gras schreibt über diese Zeit, In Verwandtschaft, die von meiner Mutter Herr Kaschubisch war, war ein Onkel bei der polnischen Post. Er war Postbeamter. Er verkehrte bei uns zu Hause wie auch andere Verwandte aus diesem Kreis. So kamen Missklänge in die Familie ab 1938. Dieser Mann, der gar nichts Kriegerisches an sich hatte, tat am 1.9. in der Post Dienst. Gehörte zu den Verteidigern der Post im Jahr 1939, wurde in die Geschichte hinein verwoben und das Überlebende erschossen. Danach wurde der Kontakt zu den Kaschubischen Verwandten eigentlich nur noch von meiner Mutter aufrechterhalten. Und etwas, das vorher selbstverständlich war, war auf einmal etwas Anrüchiges. Sicher, für meine Biografie ist dies ein Punkt gewesen, wo Geschichte in rabiater Form direkt, als ich noch ein Kind war, in die Familiengeschichte eingriff. Ein Onkel, der zur Familie gehörte, war plötzlich weg. Es wurde mit vorgehaltener Hand über ihn gesprochen. Aber das blieb haften und ist sicher auch ein Stück Trieb und Treibkraft für die Niederschrift der Blechtrommel. In folgenden Folien sehen Sie, haben Sie vorher gesehen, Einzug Hitlers in Danzig. Hier sehen Sie das Grand Hotel in Sopport, wo Hitler residiert hat in der Zeit, als er in Danzig eben dann für das Reich in Besitz genommen hatte. Auf der nächsten Folie sehen wir Gras in der Dienstkleidung des Reichsarbeitsdienstes 1944, als er eben sich freiwillig gemeldet hat. Und auf der nächsten Folie sehen Sie das wohl brisanteste Dokument seiner Geschichte, dass er es wieder auftauchte, publik wurde nach dem Jahre 2006, als er sich selbst geoutet hatte als Mitglied der Waffen-SS, die er im letzten Kriegsjahr noch geworden ist. Hatte er damals schon angegeben bei der Gefangennahme durch die US-amerikanischen Truppen. 1945 eroberten die Sowjet Danzig, Recht und Altstadt, wurden bis zu 95 Prozent zerstört. Es gab damals die Überlegung, ob Danzig an anderen Orten, wenn überhaupt, wieder aufgebaut werden sollte. Wir sehen auf der nächsten Folie, wie sich Polen verschoben hat aufgrund des Zweiten Weltkriegs. Im Osten die Gebiete musste jetzt an die Sowjetunion abtreten. Danzig lag damit eben mehr oder weniger in der Mitte an der polnischen Ostseeküste. Und hier sehen Sie zwei Bilder des wieder aufgebauten Danzig, die auch einen ganz direkten Bezug zu unserem Haus hier haben. Auf dem von Ihnen aus gesehen rechten Foto, dem Inneren des Arthushofes, der nur rekonstruiert werden konnte dank Fotos, die bei uns im Bildarchiv liegen. Kollege Schiekanski hat, glaube ich, die aktuellen Aufnahmen mitgemacht. Und die konnten eben nur da wieder appliziert werden, weil hier eben Vorlagen lag, die nachkoloriert werden konnten. Eben die Vorlagen bei uns im Hause aus dem Archiv sozusagen haben die Grund geliefert, um das wieder aufbauen zu können. Und die nächste Folie, vielleicht lassen wir stehen einen Moment. Da sehen Sie Günter Grass bei einem seiner Spaziergänge im wiederaufgebauten Danzig. 1958 reiste er zum ersten Mal wieder in seine Heimatstadt, war vom Wiederaufbau begeistert, sah sich als Danziger statt als Deutsche oder Preuße. Er schrieb in einem Brief an Fatz, einen polnischen Freund, Du weißt, wie sehr ich Polen verbunden bin und dass es mir darauf ankommt, dass meine Bücher dort nicht nur gedruckt und gelesen werden, sondern auch von einem verantwortlichen Herausgeber betreut werden. Fatz schreibt über Grass, die Vorarbeiten dauern bei Günter Lange. Er besucht zunächst die beschriebenen Orte, Archive, Menschen, deren Zeugnis dem Autor nützlich sein könnte. Er studiert schließlich Dokumente, bis er dann diese Materie in ein Werk verwandelt. Und Grass schreibt selbst über diese Reise 1958, Es war eine Reise zurück. Ich war in Gdansk auf der Suche nach Spuren von Danzig. In Gdansk schritt ich Danziger Schulwege ab, sprach ich auf Friedhöfen mit anheimelnden Grabsteinen, saß ich, wie ich als Schüler gesessen hatte, im Lesesaal der Stadtbibliothek und durchblätterte Jahrgänge des Danziger Vorposten, roch ich Mottlau und Radaune. In Gdansk war ich fremd und fand dennoch in Bruchstücken alles wieder, Badeanstalten, Waldwege, Backsteingotik und jede Mietskaserne im Labesweg zwischen Max Halbeplatz und Neuem Markt. Auch besuchte ich auf Oskars Anraten, also Oskar Mazarat aus der Blechtrommel, noch einmal die Herz-Jesu-Kirche, wir hatten sie gesehen, der stehen gebliebene katholische Mief. Von beiden Postbeamten, einer war Geldbriefträger gewesen, erhielt ich detaillierte Beschreibungen der Vorgänge in der polnischen Post während der Verteidigung. Ihre Fluchtwege hätte ich nicht erfinden können. Und dann stand ich in der Wohnküche meiner kaschubischen Großtante Anna. Erst als ich ihr meinen Pass zeigte, glaubte sie mir, Nu, Jinterchen, bist aber groß geworden. Dort blieb ich einige Zeit und hörte zu. Ihr Sohn Franz, ehemals Angestellter der polnischen Post, war nach der Kapitulation der Verteidiger tatsächlich erschossen worden. In Stein gehauen fand ich seinen Namen auf der Gedenkplatte anerkannt. Und dann ein kurzer Auszug über die Personen, die er in Danzig jetzt neu antrifft, eben die Polen, die vertrieben wurden aus dem Osten, aus Wilna, aus Lemberg. Wenn ich vor ihnen über meine eigenen Gefühle sprach, verstanden sie mich. Sie waren genauso wie ich heimatlos, hatten ihre Heimat verloren. Oder das, was sie darunter verstanden. Wir sehen hier das berühmteste Werk, eben die Blechtrommel, in zwei verschiedenen Ausgaben vom Kaffer hier. Schon 1979 war eine polnische Übersetzung des Werkes fertig, die aber nicht erscheinen durfte. Die Zensur hat es verboten. Ein Grund dafür war die Darstellung der Verteidigung der polnischen Post, in der die Polen eine nationale Ehrenrührigkeit erkannten. Doch viel wichtiger war, was die Zensur kritisiert hat, die Darstellung der sowjetischen Eroberer von Danzig. Und ganz konkret eben die Zeilen, die schildern die Vergewaltigung der deutschen Bevölkerung. Und interessanterweise ganz konkret sowjetische Rotarmisten, die geschildert werden, eben mit Ungeziefer, was ihnen über den Uniformkragen läuft. Und sowas kann es in der ruhmreichen Sowjetarmee natürlich nicht gegeben haben. Gras hat sich geweigert, die Stellen zu streichen. Deswegen durfte sein Werk eben bis in die 90er Jahre offiziell nicht erscheinen. Erst 1979 im Untergrund haben die Polen es veröffentlicht. Gras schrieb über die Blechtrommel an einen US-amerikanischen Verleger, Alles, was Oskar Mazerat angehe, spiele in dieser entlegenen baltischen Region, beziehe sich weitgehend und penetrant auf Danzig, genauer gesagt auf einen unansehnlichen Vorort namens Langfuhr, dass man dort stubenwarm, breit und bedrohlich gemütlich spreche und außerdem immerfort von Kaschuben einer schwindenden Minderheit die Rede sei, denn dort rieche es nach Provinz. So hat er sein Werk angepriesen, in Anführungszeichen, hat aber den Erfolg, dass eben der Verleger sagte, ja, das will ich auf Englisch drucken und seitdem begann eben auch der Siegeszug von Gras in den USA. Über das Werk schreibt Gras weiter, Paul Celan, mein Freund, machte mir Mut, fiktive Gestalten wie Feingold, Sigismund Markus und Eddie Amsel, keine edlen, sondern gewöhnliche und exzentrische Juden in meine kleinbürgerliche Romanwelt einzufügen. Wenige Jahre später, 1961, folgte dann die Novelle Katz und Maus und dann eben der nächste Teil der Trilogie, die Hundejahre. Auf dem Folie vorher sahen wir eine Szene aus dem Film, der Verfilmung von der Blechtrommel mit Unterschlöndorfs Regie. Gras schreibt über diese drei Werke der Danziger Trilogie, Blechtrommel, Katz und Maus und Hundejahre, Soweit ich mich auf mein eigenes Leben zurückerinnern kann, finde ich weder in der Blechtrommel noch in der Novelle Katz und Maus Passagen aus meinem Leben. Ich habe auch nicht die Absicht, etwas Autobiografisches zu erzählen und glaube auch nicht, dass es möglich ist. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass er sehr viel autobiografische Erfahrungen verarbeitet hat in seinen Werken, aber er selbst sah es eben anders. Gras selbst begleitete dann im Jahr 1970 Willy Brandt nach Warschau zur Unterzeichnung des Warschauer Vertrages als einer der eben herausragenden deutschen Intellektuellen, die sich eben für Polen freundschaftlich interessiert. Und hier sehen wir auf einem Bild mit Willy Brandt. Und im nächsten Bild dann, das zeigt das Denkmal an die Toten bei dem Aufstand in Danzig 1970, ein Denkmal, das eben später erst im Jahr 1980 dann unter Solidarność erstellt wurde. Gras schreibt über den Dezember 1970, dass ich im Dezember 1970, als es die großen Streikbewegungen in polnischen Hafenstädten und vor allen Dingen in Gdansk gab, großen Stolz verspürte. Ich hatte das Gefühl, es sind meine Leute. Ich identifizierte mich, obgleich ich ein Deutscher bin, mit dem, was hier in Gdansk geschah. Und das war so etwas wie ein erweitertes Heimatgefühl. 1975 wirkte er damit an dem norddeutschen Rundfunksfilm Teure Geschichte von Volker Petzold über den Wiederaufbau der Altstadt von Danzig. 1979 erschien die erste Blechtrommel-Übersetzung im Untergrund. Er schreibt darüber, inzwischen besitze ich die zweibändige polnische Blechtrommel-Ausgabe und zeige sie stolz herum. Nun ist es endlich doch dazu gekommen. Allerdings eben, wie gesagt, noch im Untergrund. 1980 kam dann Solidarność-Bewegung in Danzig. Er hat sich darum bemüht, kurzfristig danach mit Valenza einen Gesprächstermin zu erhalten. Sie sehen hier ein Foto aus späterer Zeit, nachdem die Differenzen wegen seiner SS-Mitgliedschaft beigelegt wurden. Valenza immer wieder die Hand reichte und er die Ehrenbürgerschaft von Danzig auch behalten hat. 1993 wurde er Ehrendoktor der Uni Gnanz mit Ehrenbürger seiner Heimatstadt. Und 2006, wie gesagt, war dieser kurze Zwischenepisode, wo eben unter anderem Valenza forderte, er solle diese Ehrenbürgerschaft zurückgeben, weil er eben sich als SS-Mitglied geoutet hatte. In Danzig selbst sprachen sich damals über zwei Dritte der Bevölkerung dafür aus, dass er die Ehrenbürgerschaft behalten solle, weil eben diese Mitgliedschaft nichts daran an seinem literarischen Verdienst gerade um Danzig eben mindere. Seit 2009 gibt es dann in Danzig ein Günther-Gras-Museum. Wir sehen auf der nächsten Folie den Danziger Hauptbahnhof. Einige von Ihnen werden ihn kennen. Wenn wir noch eine Folie weitergehen, in diesem Hauptbahnhof gibt es eine Plakette, die ein Zitat aus der Blechtrommel auf Polnisch enthält. Das kann Marc jetzt eine Weile stehen bleiben. Ich möchte jetzt noch einige Zitate von Gras vorlesen, wie er eben Danzig als Inspiration für seine Werke sieht. Danzig ist für mich fast die ganze Welt. Danzig liegt wie Vineta auf dem Meeresgrund. Ich glaube, nichts kann die verlorene Heimat ersetzen. Mit Danzig verbinden mich Kindheit und Jugend. Das Thema Danzig werde ich nie verlassen. Ich habe über Danzig schreiben können, weil ich es als Heimat für immer verloren habe. 1988 schreibt er in der polnischen Zeitschrift Politika, ich wusste, dass das weg ist, Danzig. Da war ein Vakuum. Eine Unruhe und ein Ahnen, das wird mir fehlen. Bei mir war sehr früh die politische Erkenntnis da, dass das auf begründete Art und Weise verloren ist durch deutsche Schuld. Das ist im 20. Jahrhundert preisgegeben worden durch eine verbrecherische Politik, die getragen wurde von den Deutschen. Aber damit, dass das alles geografisch und politisch verloren war, war nicht gesagt, dass es ganz und gar weg sein musste. Das war auch ein Antrieb, mir zumindest literarisch, mir schreibend, das wiederherzustellen, was verloren war. Danzig ist für mich eine verlorene Stadt. Verloren wegen deutscher Schuld, als Konsequenz eines historischen Prozesses. Seit 1958 ist für mich nicht mehr Danzig, sondern Gdansk die Stadt, in die ich wieder gern wiederkehre, in der ich meine Verwandten und Freunde habe. Ich bin kein Chronist dieser Stadt, aber sie hat einen festen Platz in meinen Büchern. Erst als ich einmal für mich versucht habe, ein Stück endgültig verlorener Heimat, aus politisch-geschichtlichen Gründen verlorener Heimat festzuhalten, da habe ich eben angefangen dann zu schreiben. Denn es ist etwas anderes, ob jemand drei Bücher über Danzig schreibt, das weg ist, als Danzig weg ist. Das heutige Danzig hat einen ganz anderen Bezug, ein ganz anderes Herkommen als zum Beispiel Regensburg. Und viele Leser haben dann Gras berichtet, so schreibt er, nachdem sie seine Trilogie gelesen haben, weil das, was in Danzig lang fuhr und was mit Danzig lang fuhr passierte, auch für Breslau und die Vororte von Breslau zutreffen könnte. Und für Königsberg oder Stettin, so erklärte sich eben die große Leserschaft. Mein Standpunkt bis heute ist, dass es weder darum gehen kann, dass Polen uralte polnische Gebiete zurückgewonnen hat, noch darum, dass Deutschland uralte deutsche Gebiete verloren hat. Wir haben einen Krieg begonnen, verbrecherisch geführt und verloren. Der Preis dafür ist der Verlust von Provinzen, sind Menschen, die ihre Heimat verloren haben. 1992 schreibt er in der Rede vom Verlust, die meisten meiner Bücher beschwören die untergegangene Stadt Danzig, deren gehügelte wie flache Umgebung, die matt anschlagende Ostsee und auch Gdansk wurde im Verlauf der Jahre zu einem Thema, das fortgeschrieben sein wollte. Verlust macht mich berät. Nur was gänzlich verloren ist, fordert mit Leidenschaft endlose Benennungen heraus. Diese Manie, den entschwundenen Gegenstand, so lange beim Namen zu rufen, bis er sich meldet. Verlust als Voraussetzung für Literatur. Und schließlich 2002 zur Eröffnung der Bundeskulturstiftung in Halle. Zur deutschen Vergangenheit gehört aber auch der unwiederbringliche Verlust von Provinzen und Städten. Wie schon zu Beginn der 70er Jahre bin ich auch heute der Meinung, dass wir zwar Land verloren haben, aber nirgendwo, in keinem Potsdamer Abkommen steht geschrieben, dass die kulturelle Substanz dieser Provinzen und Städte in Vergessenheit geraten muss. Die Nationalstiftung sollte versuchen, dieses im Grunde skandalöse Versäumnis auszugleichen. Schließlich hat von Königsberg und Danzig die deutschsprachige Philosophie ihren Ausgang genommen. In Breslau hat die Schlesische Schule deutscher Barockdichtung ihren Ort gehabt. Herders Geburtshaus im ostpreußischen Morung wird von kulturbewussten Polen als Museum und Gedenkstätte gepflegt. Diese nur beispielhaft erwähnten Wurzeln der Kulturnation sind nicht als Verlust abzuschreiben. Und hier sehen wir in seinem Heimatort, Geburtsort Danzig-Langfuhr, das Denkmal von Oskar dem Blechtrommler auf einer Parkbank, das lange dort gestanden hat, solange Gras lebte ohne Gras, weil er sich dagegen verwahrt hat, dass zu Lebzeiten ein Denkmal von ihm gemacht wurde. Es wurde aber schon geschaffen, sozusagen, zu seinem 88. Geburtstag, ein halbes Jahr nach seinem Tod, eingefügt. Und wenn Sie heute dorthin fahren, sehen Sie Gras neben Oskar auf der Parkbank sitzen, in Bronze mit einem Buch, der Pfeife in der Hand, eben seit, wie gesagt, seit 13 Jahren war das Denkmal fertig, aber die Polen haben eben seinen Wunsch respektiert, dass erst nach seinem Tod es aufgestellt wird. Und einige letzte Zitate zu seinem Verhältnis zu Polen. Hier sehen wir ihn mit Tadeusz Wojewicz, einem polnischen Schriftsteller. Einer der Söhne von Gras selbst, heißt Tadeusz. Gras abonnierte die Mitzkiewicz-Blätter, oder war er doch ein Polenfeind, wenn man die Darstellung der polnischen Post in der Blechtrommel liest. Es gibt Zitate wie von Gras aus den 60er-Jahren schon, wo er sagt, ich bin der Meinung, dass diese Gebiete den Polen zustehen, die so sehr während des letzten Krieges leiden mussten. Wer Polens Westgrenze in Frage stellt, ruft zum Vertragsbruch auf. Wer so redet, heute so redet, noch immer so redet, handelt schamlos und macht uns Schande. Ich denke, diese Aussagen machen eigentlich klar, auf welcher Seite er gedanklich als Vertriebene aus Danzig stand. Er schließt im Jahr 1999 mit einem Satz, Schluss mit den kostspieligen und funktionären mästenden Flüchtlingstreffen, stattdessen Gründung von gut geplanten, durchaus lebensfähigen und nicht nur musealen Städten, die Neukönigsberg, Neu-Allenstein, Neu-Görlitz, Neu-Kohlberg und Neu-Danzig heißen mögen. Und in den 80er Jahren, sagt er so mit ein bisschen kritischem Blick auf die Geschichtsdebatten zwischen Polen und Deutschland, wir leben ja alle und akzeptieren es mittlerweile entweder in deutscher oder in polnischer Geschichtsfälschung. Hevelius zum Beispiel wird hier in Danzig dauernd polonisiert, was ein Unsinn ohne Gleichen ist. Die Familie kam aus Niedersachsen. Andererseits war Danzig, die Stadt damals im 17. Jahrhundert, viel europäischer, als sie es heute ist. Und wenn wir es schaffen, und zwar Deutsche und Polen zusammen, ebenso europäisch zu werden, dann spielt es einfach keine Rolle mehr, ob Hevelius Deutscher oder Pole war. Hevelius hat die meisten Briefe sowieso auf Lateinisch geschrieben. Und schließen möchte ich mit einer Anekdote aus dem Jahr 1988. Auf einer Konferenz in Karpatsch war Gras auch eingeladen. Es gab deutsche und polnische Gäste. Und zum Frühstück gab es in diesem Ferienheim die traditionelle polnische Milchsuppe. Die deutschen Kollegen waren das nicht gewohnt. Am ersten Tag meckerten sie ob dieses frugalen Mahles. Gras saß dabei, hörte es sich an. Beim zweiten Frühstück schließlich, als der Protest von deutscher Seite lauter wurde, stand er auf, wartete, bis ihn alle sahen, wartete auf Ruhe und sprach dann an die 50 Teilnehmer, darunter ungefähr 10 Deutsche, naja, die Milchsuppe, die schmeckt genauso, wie sie meine Großmutter und meine Mutter zum Frühstück gemacht haben. Dann hat er sich wieder hingesetzt und weitergelöffelt. Die deutschen Teilnehmer haben sich hingesetzt, mitgegessen und die dadurch geadelte Milchsuppe eben künftig nicht mehr kritisiert. Das vielleicht so als Eindruck zu seinem Verhältnis dazu. Wir können die nächste Folie vielleicht jetzt stehen lassen und würden jetzt Günter Gras selbst hören. Das ist einem der Anfangskapitel der Blechtrommel. Das ist der Anfangskapitel Ich beginne weit vor mir, denn niemand sollte sein Leben beschreiben, der sich die Geduld aufbringt, vor den Datieren der eigenen Existenz wenigstens der Hälfte seiner Großeltern zu bedenken. Ihnen allen, die sie außerhalb meiner Heil- und Pflegeanstalt ein verworrenes Leben führen müssen, euch Freunden und allen wöchentlichen Besuchern, die ihr von meinem Papiervorrat nichts ahnt, stelle ich Oskars Großmutter mütterlicherseits vor. Meine Großmutter Anna Bronski saß an einem späten Oktobernachmittag in ihrem Röcken am Rande eines Kartoffelackers. Am Vormittag hätte man sehen können, wie es die Großmutter verstand, das schlaffe Kraut zu ordentlichen Haufen zu rächen. Mittags aß sie ein mit Sirup versüßtes Schmalzbrot, hatte dann letztmals in Ackernacht, saß endlich in ihren Röcken zwischen zwei fast vollen Körpern. Vor senkrecht bestellten, mit den Spitzen zusammenstrebenden Stiefelsohlen schwelte ein manchmal asthmatisch auflebendes, der Rauch flach und umständlich über die kaum geneigte Erdkruste in schickendes Kartoffelkrautheuer. Man schrieb das Jahr 99, die saß im Herzen der Kaschubei, nahe bei Bissau, noch näher der Ziegelei, vor Rankau saß sie in der Viereck in Richtung der Straße nach Brenntau, zwischen Dirschau und Kartaus, im schwarzen Waldgoldkugelbrücken, saß sie und schob mit einem an der Spitze verkohnten Haselstock, Kartoffeln unter die heiße Asche. Wenn ich soeben den Rock meiner Großmutter besonders erwähnte, hoffentlich deutlich genug sagte, sie saß in ihren Röcken, ja, das Kapitel, der weite Rocken überschreibe, weiß ich, was ich diesem Kleidungsstück schuldig bin. Meine Großmutter trug nicht nur einen Rock, vier Röcke trug sie übereinander, nicht etwa, dass sie einen Ober- und drei Unterröcke getragen hätte, vier sogenannte Oberröcke trug sie, ein Rock trug den nächsten, sie aber trug alle vier nach einem System, das die Reihenfolge der Röcke von Tag zu Tag veränderte. Was gestern oben saß, saß heute gleich darunter, der zweite war der dritte Rock, was gestern noch dritter Rock war, war ihr heute der hautnahe, jener, ihr gestern nächster Rock, ließ heute deutlich sein Muster sehen, nämlich gar keines, die Röcke meiner Großmutter Anna Bronski, bevorzugten alle denselben kartoffelfarbenen Wert, die Farbe muss ihr gestanden haben. Außer dieser Farbgebung zeigte sie die Röcke meiner Großmutter ein flächenmäßig extravaganter Aufwand an Stoff aus. Weit rundeten sie sich, bauschten sich, wenn der Wind ankam, erschlafften, wenn er genug hatte, knatterten, wenn er vorbeigieg, und alle vier flogen meiner Großmutter voraus, wenn sie den Wind im Rücken hatte. Wenn sie sich setzte, versammelte sie ihre Röcke um sich. Ja, soviel Originalton Günther Grass. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Chance hatte, ihn noch lebendig mal gehört zu haben. Ich konnte mich so nicht daran erinnern, wir waren beide, als wir seine Stimme gehört haben, erstaunt, dass die Stimme nicht sehr viel tiefer und rauchiger klingt, aufgrund der vielen Zigaretten und der Pfeifen, die er ja so sehr stark geraucht hat. Also das wollte ich ihm auf jeden Fall gegönnt haben. Ja, er hat selbst gelesen aus seinem Werk, der Blechtrommel, und wir fahren jetzt vor mit einem längeren Passage, so wie er die Danziger Geschichte sieht, aus dem Wutt. Wie wir städtisch wurden. Um die Zeit, als Mestwina im Suff und doch zielgerecht den Bischof Adalbert erschlug, siedelten im Gebiet der mündenden Weichsel, außer uns altansässigen Pomorschen am linken Ufer und den östlich des Flusses sesshaften Prusen nur Restbestände durchreisender Völker, ziemlich mit uns zur Suppe verrührt. Gepiechte Goten, eingewanderte Sachsen, die vor dem Bekehrungseifer der Franken geflohen waren. Vom Süden her sickerten slawische Polacken ein. Und skandinavische Warreger schröpften uns nach Laune. Sie bauten überall Fluchtburgen gegen brutzische Einfälle und konnten doch nicht verhindern, dass sich die Brutzen westlich der Flussniederung festsetzten. Ihr Häuptling hieß Jagel, eine Vorform des litauischen Jagello. Deshalb hieß der Hügel später, als die Stadt gegründet war, Hagelsberg. Schon zu Mestwinas Zeit hatten sich einige Warreger als Pomorsche Fischer verkleidet und den Jagel in seiner Raubburg erschlagen. Doch erst, als der Polackenherzog die Brutzen aufs rechte Weichselufer zurückwarf, wurde die Warregerherrschaft durch die polackische ersetzt. Denn kaum hatte Mestwina jenen Adalbert erschlagen, den der Polenherzog als Agitator angeworben hatte, wurden wir untertan und blieben es. Der Herzog ließ den wundertätigen Leichnam nach Gnesen überführen, wo er bis heute verehrt wird. Unser Land wurde zur Provinz erhoben und nach uns, weil wir am Meer wohnten, Pomerellen genannt. Uns, die Pomorschen, nannte der fromme Herzog freundlich herablassend Kaschuben. Wir durften eigenständige Stadthalter einsetzen, die sich rasch männliche Herrschaftsformen abguckten, obgleich sie alle auf Mestwinas Schoß zurückzuführen sind. Namentlich bekannt wurde als erster unser Stammesfürst Sambo, der das Kloster Oliva gestiftet und mit Vorrechten, Zollfreiheit, Erhebung des Zehnten ausgestattet hat. Sein Sohn war ein mickriges Kerlchen, das bald starb. Darauf wurde dessen Onkel, der erste Mestwin, pomerellischer Kaschubenfürst. Gerade noch konnte er seine Tochter Damroka zur Äbtissin machen und unter ihrer Aufsicht jenes Kloster zu Kau stiften, in dem knapp 600 Jahre später Amanda Woike die Gesindeküche der preußischen Staatsküche führte, als sie Dänen vom Marellen überfielen und für zehn Jahre in Besitz nahmen. Beide Herzöge lieferten sich nach Männerart eine Schlagtotschlacht in der Nähe von Gnesen. Die Svantupol gewann und Leschko das Leben kostete. Als aber nun der unabhängige Kaschubenherzog die immer noch heidnischen und die Weichsel als Grenze missachtenden Putzen erfolglos bekämpfte, machte er den gleichen Fehler wie die Polen. Auch er rief die nach Ende der Kreuzzüge arbeitslos gewordenen Deutschritter aus Palästina ins Kaschubenland. Sie kamen und räumten mit allem, was putzisch war, auf. Schließlich schlugen sie auch den Svantupolk mehrmals. Dessen erstgeborenen Sohn nahmen sie gefangen. Wieder freigelassen, verbündete er sich mit den brandenburgischen Herzögen. Darauf setzten sich die Brandenburger bei uns fest und mussten mit polackischer Hilfe aus jener Stadt Danzig vertrieben werden, die vom großen Svantupolk im Jahre 1236 als Kivitas Danzig neben der pomarellischen Burg gegründet und mit lübischem Recht ausgestattet wurde. Mein Danzig von Anfang an umstritten. Wir Pomorschen, Fischer und Korbflechter blieben im Schutz der Burg auf dem alten Hakelwerk und aßen wie immer schon Grütze zu Fisch und Fisch zu Grütze, während die zumeist niedersächsischen Neusiedler, Handwerker und Händler sich hinter den Stadtmauern niederließen und Schweinswürste zu dicken Bohnen aßen. Damals war meine spätere Dorothea drei Jahre alt und ich, ihr spätere Albrecht, war zwar im mannbaren Alter, hing aber immer noch an der Schürze meiner pomorschen Mutter Damroka, die in die Stadt geheiratet hatte. Mein Vater, der Schwertfeger Kunrad Seelchling, ließ auch mich Schwertfeger werden. Ein Beruf mit Zukunft. Schnell wuchs die Stadt und wollte mit griffigen Zweihändern verteidigt werden. Er macht jetzt einen zeitlichen Sprung zu den Dreharbeiten des Dokumentarfilms für den NDR. Ich war am Vormittag von Berlin-Schönefeld aus mit einer Interflugpropellermaschine eingeflogen und auf dem neuen Flugplatz dort gelandet, wo vor drei Jahren noch die kaschubischen Kartoffelecker meiner Großtante mäßig erträglich gewesen waren. Was ich im Gepäck hatte? Manuskriptlücken, noch ungedeckte Behauptungen über mein Vorleben, zur Zeit der hochgotischen Fastenköchin, zur Zeit der Küchenmarkt mit den barocken Allegorien und die Wünsche meiner Ilsebill. Und außerdem hatte ich einen Fragenkatalog bei mir, denn ich wollte mich abseits der Fernsehfilmerei mit Maria treffen, die immer noch Kantinenköchin in der Leninwerft ist. Hör mal, Maria, wie war das im Dezember 70? War dein Jan dabei, als 30.000 Arbeiter vor dem Parteigebäude aus Protest gegen die Partei Die Internationale gesungen haben? Wo stand er genau, dein Jan, als Team Lietz auf die Arbeiter schoss? Und wo traf es ihn? Mit Drehbeginn wurde alles flach gegenwärtig. Historische Zitate, 1813, der Brand der Speicherinsel, blieben Zettelchen zum Wegwerfen. Wir hatten unsere drei Lampen, die Tontechnik und die Kamera wieder eingerichtet. Im Tresorsaal des rechtsstattischen Rathauses. Bei aller Faktensicherheit stand der Stadtkonservator ein wenig verlegen zwischen den getäfelten Wänden und den ölgemalten holländischen Sündenfuhlgemälden. Hinter ihm hing das übergratlinige Bildrund, halbrund gerahmte Bild des Stadtmalers Anton Möller, der Zinsgroschen. Jesus und sein neutestamentarisches Personal stehen manieristisch, bewegt dort, wo eigentlich der breite Renaissancebau des grünen Tores, gotisch Kockentor, den langen Markt vor dem Mottlau-Ufer abschließen sollte. Zum Rathaus hin verjüngt sich der Markt in die leicht gekrümmte Langgasse hinein, bis zum Hohentor. Möller malt diese Allegorie vor städtischer Kulisse, sogleich nach dem jüngsten Gericht im Jahr 1602, das wie das Vorjahr ein Pestjahr gewesen ist. Direkt in die Kamera schaut der Konservator, offenbar geübt. Nie redete er die eine, die andere. Sparsam mit Gesten ist er Möllers Gemälde, ein Dokument und ein wichtiges für den Wiederaufbau entlanggefahren. Er vergleicht es mit Canelettos Gemälden, die beim Wiederaufbau der Warschauer Altstadt hilfreich gewesen seien. Erstaunlich nannte er den im Bild überlieferten Beweis, dass noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts fast alle Patrizierhäuser am langen Markt gotisch gemauert und gegiebelt waren, außer dem Arthushof und dem breiten Bürgerhaus im Renaissance-Stil dem Rathaus gegenüber. Der Konservator erklärt lächelnd, warum er nicht die gotische, weniger kostenintensive Frühform, sondern keinen Aufwand scheuen, die barocke Fassadenkunst nachgebaut habe. Und da geben ihm mitten im Satz die drei Lampen den Geist auf. Die elektrische Anlage des wiederhergestellten rechtsstattigen Rathauses ist überlastet. Es wird der Hauselektriker berufen. In Erwartung des Elektrikers und weil das Filmen fürs Fernsehen so viel zeitlose Pausen abwirft, verkrümelte ich mich geschichtlich Trepp ab, bis ich im fortgeschrittenen 17. Jahrhundert die Küchenmarkt des alternden Stadtmalers Möller schwanger über den langen Markt kommen sah. Agnes Kobiela hat einen Suppenhuhn ungerupft gekauft. Eigensinnigerweise ist es Winter, obwohl wir die Fernsehdokumentation Ende August bei schönstem Wetter inmitten des Touristen Auftriebs treten. Im Januar des Jahres 1636 ist Agnes hochschwanger. König Wladimir hat im grünen Tor Wohnung genommen und so ist die Stadtgeschichte datiert. Dort plaudert er mit dem schlesischen Diplomaten und Dichter Martin Opitz von Boberfeld. Der König will ihn als Sekretär und Hofhistoriograf in Dienst nehmen. Auch der Admiral der polnischen Flotte, ein Schotte namens Sieten, ist anwesend. Desgleichen hiesige Patrizia die Feist aus den steifen Halsgrausen schauen. Nachdem der Waffenstillstand mit Schweden verlängert worden ist, soll Opitz im Auftrag des Königs über die Neufestsetzung der Seezölle verhandeln. Der König gibt zu erkennen, dass ihm die soeben vorgelegte jambe Beruldigung als erzählt in einer Verhandlungspause dem reformierten Opitz halb amüsiert, halb besorgt, dass der Hauslehrer seiner Söhne, ein junger Mann lutherischen Glaubens, der wie Opitz schlesischer Flüchtling sei, krank liege, weil die Festlichkeiten der sauflustigen Stadtbürger, schließlich habe man das verlängerte Waffenstillstandsabkommen begießen müssen, den kaum erwachsenen Jüngling überfordert hätten, sodass er nun gallige Sonette schreibe und in denen er alles nichtig und eitel nennt. Dieser Gelegenheitspoesie könne womöglich dem Herrn Opitz interessant sein, zumal der junge Kryphius nicht lateinisiere, sondern grob teutsch stichte. Doch der vom andauernden Krieg zermöbte Opitz ist zu zerstreut, um sogleich nach Abschriften der Sonette zu fragen. Durch die hohen Saalfenster am grünen Tor sieht er auf dem winterlichen langen Küchenmarkt über den noch immer die Küchenmarkt Agnes mit dem ungerupften Suppenhuhn im Korb durch den Schneematz stapft. Jetzt am Rathaus vorbei, an dem wir dreieinhalb Jahrhunderte später auf den Hauselektriker warten. Was wir vorhaben oder uns wünschen, so ein bisschen Appetit zu machen, jetzt ein oder andere Werk von Gras noch mal hinein zu schauen, zu seinem Todestag. Ich möchte zwei kleine Passagen lesen aus der Blechtrommel, die uns zurückführen sollen, einmal in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, dann zum Zweiten Weltkrieg hin, ehe wir dann etwas hören über die Situation der Juden in Danzig sowie Grassi geschrieben hat. Also Zitat aus der Blechtrommel. Als die Verwundung ausgeheilt war, blieb Alfred Mazzarat, der Vater von Oskar in Danzig und fand dort sofort Arbeit als Vertreter seiner rheinischen Firma, eines größeren Unternehmens der papierverarbeitenden Industrie. Der Krieg hatte sich verausgabt, man bastelte, Anlass zu ferneren Kriegen gebend, Friedensverträge. Das Gebiet um die Weichselmündung, etwa von Vogelsang auf der Nehrung, der Nogat entlang bis Piekel, dort mit der Weichsel abwärts laufend bis Schatkau, links einen rechten Winkel bis schön Vlies bildend, dann einen Buckel um den Saskoschiner Forst bis zum Ottominer See machend, Matern, Ramkau und das Bissau meiner Großmutter liegend lassend und bei Klein Katz die Ostsee erreichend, wurde zum freien Staat erklärt und dem Völkerbund unterstellt. Polen erhielt im eigentlichen Stadtgebiet einen Freihafen, die Westerplatte mit Munitionsdepot, die Verwaltung der Eisenbahn und eine eigene Post am Heveliusplatz. Während die Briefmarken des Freistaates ein hanseatisch rot-goldenes Koggen- und Wappen zeigendes Gepränge den Briefen boten, frankierten die Polen mit makaber violetten Szenen, die Kasimirs und Batoris Historien illustrierten. Jan Bronski, der Onkel von Oskar, wechselte zur polnischen Post über. Sein Übertritt wirkte spontan, desgleichen seiner Option für Polen. Viele wollen den Grund für die Erwerbung der polnischen Staatsangehörigkeit im Verhalten meiner Mama gesehen haben. Im Jahre 20, da Marszallek Piszewski die Rote Armee bei Warschau schlug und das Wunder an der Weichsel von Leuten wie Vincent Bronski der Jungfrau Maria vom Militär Sachverständigen entweder General Sikorski oder General Weigong zugesprochen wurde, in jenem polnischen Jahr also verlobte sich meine Mama mit dem reichsdeutschen Mazerat. Und das zweite Zitat, auch aus der Blechtrommel führt uns in die 30er Jahre, in dem Oskar die Rückfahrt seiner Mutter von dem Rendezvous mit Jan Bronski aus der Danziger Altstadt nach Danzig Langfuhr beschreibt. Am Donnerstag traf man sich in der Stadt, ließ den kleinen Oskar bei Markus, hatte es in der Tischler Gasse auf zumeist befriedigende Art und Weise anstrengend, erfrischte sich hernach im Café Weizge bei Mokka und Gebäck, holte das Söhnchen beim Juden ab, ließ sich von dem einige Komplimente und ein Päckchen fast geschenkte Nähseide mitgeben, fand seine Straßenbahnlinie 5, genoss lächelnd und ganz woanders mit den Gedanken die Fahrt am Olivar Tor vorbei durch die Hindenburg Allee, nahm genau jene Maiwiese neben der Sporthalle wahr, auf der Mazerat seine Sonntag Vormittage zubrachte, ließ sich die Kurve um die Sporthalle herumgefallen, wie hässlich der Kasten sein konnte, wenn man gerade was Schönes erlebt hatte, noch eine Kurve links und hinter verstaubten Bäumen das Konradino mit seinem rot bemützten Schülern. Wie hübsch, wenn doch Oskarchen auch solch eine rote Mütze mit dem goldenen C zu Gesicht stünde. Zwölfeinhalb wäre er, säße in der Quarta, Kräme jetzt ans Latein heran und trüge sich als ein richtiger, kleiner, fleißiger, auch etwas frecher und hochmütiger Konradiner. Doch wie wir wissen, Oskar wollte nicht mehr wachsen, blieb eben als dreijähriger Trommler. Hinter der Eisenbahnunterführung in Richtung Reiskolonie und Herrlene Lange Schule verloren sich die Gedanken der Frau Atmes Mazerat ans Konradinum an die verpassten Möglichkeiten ihres Sohnes Oskar. Noch eine Blick in die Schaufenster der Konkurrenz und bemühte sich durch den Labes Weg wie durch einen Kreuzweg zurück in den eigenen Laden. Ab August des folgenden Jahres waren Überfälle auf die Synagoge Mattenbuden und eingeworfene Fensterscheiben im Haus der Borussia Loge am Olivar Tor alltäglich. Als der Ostjude Herschel Grünspan in Paris den deutschen Diplomaten vom Rat ermordete, wurden im Deutschen Reich Synagogen im Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert, viele Juden erschlagen oder in den Selbstmord getrieben, mehrere Tausend Juden verhaftet und den Konzentrationslager gebracht. Hermann Ott hat in seinem Schulbuch nur dazu Lichtensteiner Kürzel gesetzt. Zitat Die Reichskristallnacht ist eine geräumige Metapher. Als wir von Selma Lagerlöw Kindheitserinnerungen lasen, schickten wir einen Brief und ein Album mit Bildern von Danzig an die Dichterin. Herr Ott und Fräulein Mettner bereiteten mit uns eine Lagerlöw-Feier vor. Die sogenannte Kristallnacht vom 9. November 1938 fand auch in Danzig ihre Entsprechung. Die Synagogen in Langfür und Zobot wurden in Brand gesteckt. Nur die große Synagoge an der Reitbahn blieb unbeschädigt, weil einige Mitglieder des jüdischen Frontkämpferbundes, unter ihnen der Weltkriegsveteran Isaac Laban, einen Wachdienst eingerichtet und mithilfe des Rechtsanwalts Bernhard Rosenbaum Polizeischutz angefordert hatten, als SA-Männer das Haupttor aufbrechen wollten. Am nächsten Tag reizte Rosenbaum mit seiner Frau zur Erholung nach Südfrankreich. In Nizza verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, mit seiner Rückkehr war nicht mehr zu rechnen. Schriftlich legte er sein Amt als zweiter Gemeindevorsteher nieder, doch seine Tochter blieb und auch Hermann Ott unterrichtete weiter, obgleich immer weniger Schüler in die Rosenbaum'sche Schule kamen. Knapp 4000 Juden wohnten Ende November in der Freienstadt Danzig. Da die Auswanderung der Danziger Juden in die Wiesen bezahlt werden musste, begann man die Grundstücke und den Grundbesitz zu schätzen. Die jüdischen Friedhöfe Langfuhr und Stolzenberg, die beschädigten Synagogen am Mirchauer Weg auf der Mattenboden in Zoppot, die heilgebliebenen Synagoge an der Reitbahn, die Borussia-Loge am Oliver-Tor und das Grundstück Hüsarengasse 7a wurden auf rund 500.000 Danziger Gulden geschätzt. Doch nach Verhandlungen mit dem NS-Kreisleiter Kampe, an denen auch der junge Syndikus Erwin Lichtenstein teilnehmen musste, blieb nur noch der karge Gegenwert von 330.000 Gulden. Vertraglich wurde vereinbart, dass die Synagogen nicht für profane Zwecke benutzt, sondern abgerissen werden sollten. Die alten Synagogen Vorsteher und der Kantor der großen Synagoge sollten, nachdem unterschrieben worden war, geweint haben. So verkauften sie ihre Synagogen und zahlten mit dem Erlös den Preis für eine ungewisse Auswanderung. In der Nacht vom 2. auf den 3. März 1939 ging Hermann Ott zum Packhof an die Mottlau, um den Auszug von 500 Danziger Juden zuzusehen. Am Sammelplatz fanden sich als Zuschauer ein zurückbleibende Verwandte und Freunde der 500, leitende Polizeibeamte, der englische Generalkonsul, der bei der Vorbereitung des Transports geholfen und gleichzeitig vor der illegalen Einwanderung in das Mandatsgebiet Palästina gewarnt hatte. Nur die beiden zurückgelassenen jüdischen Ärzte, zwei Sanitäter, der zum Judenkommissar ernannte Sparkassendirektor Bittner, mehrere Polizeibeamte und der Vertreter der jüdischen Gemeinde durften den Transport bis zum Einschiffungshafen begleiten. In Autobussen sollten die Auswanderer über die Freistaatsgrenze nach Marienburg gebracht werden, dann in einem plombierten Zug über Breslau, Wien, Budapest in die Hafenstadt Rheni am Schwarzen Meer transportiert werden. Dort, so hieß es, dass ein 800 Tonnen Frachtschiff die 500 übernehmen würde. Von einem Ziel war offiziell nicht die Rede. Als nach der Einschiffung der 500 die Reisebegleiter nach Danzig zurückgekehrt waren, gab Heinz Kaminer den Gemeindevorstehern einen Bericht. Mit Bretterverschlägen habe man den Frachter auf die Übernahme von Personen vorbereitet. Im Vorderschiff habe man die Männer, im Achterschiff die Frauen untergebracht. Als sich die Auswanderer in Gruppen vor Autobussen versammelt hatten, sagte Studienassessor Ott noch zu seinen Schülern, schreibt mal von unterwegs oder sobald ihr angekommen seid. Und Simon Kurzmann, dessen gleichmäßige Schülerleistungen als Beweis für Zuverlässigkeit gelten mochten, versprach einen Bericht zu geben. Schon vor dem Auszug der 500 wurde die Rosenbaumsche Schule geschlossen. In einem Rundstreiben hieß es, die Schülerzahl sei von über 200 auf nur noch 36 zurück gegangen. Die Auswanderung weiterer Schüler stehe bevor. Ende Februar hatten noch acht Schüler und Schülerinnen ihr Abitur machen können. In Hermann Orts Wohnung Bastion Kaninchen 6 versammelten sich die restlichen Schüler. Man trank Tee, stritt ein wenig, amüsierte sich über die Begleitumstände einer Hausdurchsuchung, die in Zweifels Wohnung zum Beispiel Schneckenterrarien hervorgebracht hatten. Zweifels spielte vor, wie sorgfältig die Polizisten mit gebogenen Pinzetten in seinen Schneckenhäusern nach zionistischen Verschwörungsplänen gesucht hatten. Als Ende März laut Verkaufsvertrag die große Synagoge an der Reitbahn geräumt werden musste, halfen Zweifel und die restlichen Schüler beim Verpacken der Kultgeräte, die wenig später nach New York geschickt wurden, wo sie als neue Sammlung im Jüdischen Museum Platz fanden. 1966 verbrannten die Tore Rollen, als die in der Bibliothek Feuer ausbrach. Nur wenige der über 100 Kinder haben ihre Eltern wieder gesehen. Vor einigen Tagen auf Wahlreise nach Paderborn, Meschede, Schwellm und Ennvital begleitete mich ein englischer Journalist, der vorhatte, für den Observer einen Bericht zu schreiben. Nach einer Betriebsbesichtigung und als wir wieder in unserem VW-Bus saßen, deutete er an, dass ich doch in Danzig aufgewachsen sei und wie ich bei Kriegsbeginn knapp zwölf Jahre alt gewesen sei. So alt wie ihr Franz und ihr Raoul war der englische Journalist, der mit einem der vier Kinder die Kindertransporte aus Danzig verließ. An einen Studienassessor Ott konnte er sich nicht mehr erinnern, aber an die Stadt, die Giebel, die Kirchen, die Gassen, die Beischläge und die Glockenspiele, Möwen auf Eisschollen, die über dem Brackwasser dahin schaukelten, im Halbdunkel wie zerbrochenes Spielzeug heil geblieben. Eine kurze Passage hat Gras in Kass und Maus dem KZ Stutthof gewidmet. Oswald Brunis, der Lehrer von Malka am Konradinum, war naschhaft, den Süßigkeiten verfallen und wurde später angeblich, weil er Vitamintabletten, die den Schülern ausgeteilt werden mussten, an sich genommen haben soll, wahrscheinlich aber aus politischen Gründen, Brunis war Freimaurer, im Schulgebäude verhaftet. Schüler wurden verhört. Ich hoffe, nicht gegen ihn ausgesagt zu haben. Seine Pflegetochter, ein puppiges Wesen, das Ballettstunden nahm, trug trauerschwarz durch die Straßen. Sie brachten ihn nach Stutthof. Dort verblieb er. Eine dunkle, verzweigte Geschichte, die an anderer Stelle doch nicht von mir und auf keinen Fall im Zusammenhang mit Malka niedergeschrieben werden soll. Da machen wir einen zeitlichen Sprung in das Jahr 1945, als die sowjetische Armee sich ganzig genähert hat. Ich lese aus der Blechtrommel. Es hieß, die Russen seien schon in Zigankenberg, Pietzgendorf und vor Schiedlitz. Jedenfalls mussten sie auf den Höhen sitzen, denn sie schossen schnurstracks in die Stadt. Rechtstadt, Altstadt, Pfefferstadt, Vorstadt, Jungstadt, Neustadt und Niederstadt, an denen zusammen man über 700 Jahre lang gebaut hatte, brannten in drei Tagen ab. Das war aber nicht der erste Brand der Stadt Danzig. Pommerellen, Brandenburger, Ordensritter, Polen, Schweden und nochmal Schweden, Franzosen, Preußen und Russen, auch Sachsen hatten zuvor schon Geschichte machend alle paar Jahrzehnte die Stadt verbrennenswert gefunden. Und nun waren es Russen, Polen, Deutsche und Engländer gemeinsam, die die Ziegel gotischer Backsteinkunst zum hundertsten Mal brannten, ohne dadurch Zwieback zu gewinnen. Es brannten die Häkergasse, Langgasse, Breitgasse, große und kleine Wollwebergasse, es brannten die Tobiasgasse, Hundegasse, der Altstädtische Graben, Vorstädtische Graben, die Welle brannten und die Lange Brücke. Das Krantor war aus Holz und brannte besonders schön. In der kleinen Hosennähergasse ließ sich das Feuer für mehrere auffallend grelle Hosen Maß nehmen. Die Marienkirche brannte von innen nach außen und zeigte Festbeleuchtung durch Spitzbogenfenster. Die restlichen, noch nicht evakuierten Glocken von St. Katerin, St. Johann, St. Brigitten, Barbara, Elisabeth, Peter und Paul, schmolzen in Turmgestühlen und tropften sang- und klanglos. In der großen Mühle wurde roter Weizen gemahlen, in der Fleischergasse roch es nach verbranntem Sonntagsbraten. Im Stadttheater wurden Brandstifters Träumer ein doppelsinniger Einakteruhr aufgeführt. Im rechtsstädtischen Rathaus beschloss man, die Gehälter der Feuerwehrleute nach dem Brand rückwirkend heraufzusetzen. Die Heilige Geistgasse brannte im Namen des Heiligen Geistes. Freudig brannte das Franziskanerkloster im Namen des Heiligen Franziskus, der ja das Feuer liebte und ansang. Die Frauengasse entbrannte für Vater und Sohn gleichzeitig. Dass der Holzmarkt, Kohlenmarkt, Heumarkt abbrannten, versteht sich von selbst. In der Brotbänkengasse kamen die Brötchen nicht mehr aus dem Ofen. In der Milchkangengasse kochte die Milch über. Nur das Gebäude der westpreußischen Feuerversicherung wollte aus rein symbolischen Gründen nicht abbrennen. Und dann schreibt er einige Seiten weiter über die Vertreibung der Familie Mazzarat aus Danzig im Juni 1945. So klagte Anna Koljajtschik, seine Großmutter, hielt sich ihren Kopf, streichelte meinen wachsenden Kopf und kam dabei zu einiger betrachtender Einsicht. So ist es nun mal mit den Kaschuben, Oskarchin, die trefft es immer am Kopf. Aber ihr werdet ja nun weggehen nach Trieben, wo besser ist. Und nur der Oma wird bleiben. Denn mit den Kaschuben kann man nicht keine Umzüge machen. Die müssen immer da bleiben und Kopfchen hinhalten, damit die anderen draufteppern können, weil unser Eins nicht richtig polnisch ist und nicht richtig deutsch genug. Und wenn man Kaschub ist, das reicht weder der Deutschen noch der Polacken. Die wollen es immer genau haben. Und dann wird geschildert, wie Oskar und seine Mutter ganz sich verlassen. Oskar und das Gepäck, wir durften pro Person 50 Pfund mitnehmen, wurden in den zweirädigen Anhänger, der auf Gummireifen lief, Gummireifen lief, verladen. Herr Feingold schob das Rad. Maria hielt Kurtchens Hand und drehte sich Ecke Elsenstraße als wir links ein Bogen noch einmal um. Ich konnte mich nicht mehr in Richtung Labesweg drehen, da mir das Drehen Schmerzen bereitete. So blieb Oskars Kopf ruhig zwischen den Schultern. Nur mit den Augen, die sich ihre Beweglichkeit bewahrt hatten, grüßte ich die Marienstraße, den Striesbach, den kleinen Hammerpark, die immer noch ekelhaft tropfende Unterführung zur Bahnhofstraße, meine unzerstörte Herz-Jesu-Kirche und den Bahnhof des Vororts Langfuhr, den man jetzt Vzeszch nannte, was ich kaum aussprechen ließ. Wir mussten warten, als dann der Zug einrollte, war es ein Güterzug. Menschen gab es, viel zu viele Kinder. Das Gepäck wurde kontrolliert und gewogen. Soldaten warfen in jedem Güterwagen einen Strohballen. Keine Musik spielte, es regnete aber auch nicht. Heiter bis wolkig war es und der Ostwind wehte. Krass hat dann in seinem Werk die Unkenrufe auch die Zeit nach 1945 in Danzig zum Thema gemacht. Ich möchte daraus einige kürzere Passagen lesen und beginnen mit einer Passage über die Friedhofsschändung in Danzig. In dem Werk der Unkenrufe geht es ja um eine deutsch-polnische Friedhofsgesellschaft, die gegründet werden soll. Die Witwe schwieg, dann trat sie näher, noch einen Schritt näher an die schiefstehenden Grabsteine heran, die dem Witwer bemerkenswert gewesen waren. Plötzlich und für den Ort zu laut entlud sie sich. Schande für Polen ist das, haben weggeräumt alles, wo bisschen stand Deutsch drauf, hier und überall, auch auf Waldfriedhof, haben Tote nicht ruhen lassen gewollt, einfach platt gemacht alles, bald nach Krieg schon und später, schlimmer wie Russen noch, und das nennen sie Politik, Verbrecher diese. Und an anderer Stelle heißt es, als die Witwe sich erinnerte, das war in Gomuka-Zeit, wo sie platt gemacht haben, letzte deutsche Friedhöfe. Warum bin ich nicht schon damals raus aus Partei und erst zu spät schon, als Kriegsrecht kam? Damit erinnert sie an die Zeit 1981, Kriegsrecht in Danzig, Verbot der Solidarnosc, und in dem Werk der Unkenrufe heißt es dann an anderer Stelle. Und dann weitete sich vor dem Tor zur Leninwerft, kurz bevor sie umbenannt wurde, das Buch spielt im Jahr 1989, der Platz mit den drei hochragenden Kreuzen, wir hatten sie gesehen, an denen gekreuzigt drei Schiffsanker hängen. Die Witwe sagte, das war mal gewesen, Solidarnosc, und hatte dann doch einen weiteren Satz übrig, der die Schroffheit ihres Nachrufs ein wenig mildern sollte. Aber Denkmäler bauen können wir Polen immer noch, überall Märtyrer und Denkmäler von Märtyrern. Kein Gelächter, vor- oder nachgestellt. Der Witwe will diesen Satz der Witwe, eine an Verzweiflung grenzende Bitterkeit abgehört haben. Nur stumme Gesten seien ihr übrig gewesen. Dann habe sie einen Asternstiel aus dem Strauß gerupft, diesen zu den gehäuften Blumen vor die Gedenkmauer gelegt und ihm auf seine Bitte hin ein dem Denkmal eingeschriebenes Gedicht des Dichters Ceswach Miwosch Zeile nach Zeile übersetzt. Die Vergeblichkeit feiernde Verse. Danach habe sie unvermittelt sich selbst und ihre Familie mit dem Dichter und dessen Familie als vertriebene Flüchtlinge von Osten weg nach westliche Gegend. Vereinigt und zugleich einen weiteren Bogen geschlagen. Wir sind alle von Wilno raus gemusst, wie sie von hier von Danzig weggemusst. Alle. Und eine letzte Stelle wollte ich daraus noch vorlesen über die deutsche Minderheit in Danzig. In Brösen hat damals schon Erna Brakup gewohnt. Sie zählte zu den knapp 600 Deutschen, die in Gdansk und Umgebung übrig geblieben waren. Vielleicht kamen nur knappe 500 zusammen, die glaubten Deutsche zu sein. Später wurden es mehr und mehr. Als Hunderttausende ihr Bündel schnürten, waren sie zufällig oder aus unbeirrbarer Sesshaftigkeit dageblieben oder hatten den Ortswechsel in Richtung Westen verpasst. In Resthäusern, zwischen den wochenlang qualmenden Trümmern der Stadt oder in den armen Vierteln der Vororte, wo ihnen niemand die Kellerwohnung und das Mansardenloch streitig gemacht hatte. Erna Brakup war bei Kriegsende eine 40-jährige Witwe. Ihre drei Kinder starben im solchen Jahr 46 an Typhus. Sie übte sich rasch ein notdürftiges Umgangspolnisch ein und hielt ihr Zimmer in dem Kur- und Fischerdorf, das man Bzesno hieß, wie einen Bunker, als rechts und links von ihrer Karte sowie beiderseits der Straßenbahnlinie nach Nowy Port kastenförmige Neubauten hochgezogen wurden. Solange noch das Kurhaus baufärlich stand, halte sie als Kellnerin aus. Später fand sie Arbeit beim Konsum. Ab Mitte der 60er Jahre hatte sie ihre Rente durch Botengänge, Schlangestehen vorm Fleischerladen und ähnliche Dienstleistungen aufgebessert. Nur mit ihresgleichen oder wenn Touristen kamen und nach dem Verbleib des Seestegs und der Badeanstalt fragten, sprach sie in immer seltsamer werdenden Ausprägungen ihre Muttersprache. Als nach der Wende in Osteuropa allen in Polen gebliebenen Deutschen erst zögernd dann doch erlaubt wurde, sich in einem Verein zu finden, war Erna Brackhub nicht nur passiv dabei. Im Jeschkentaler Weg erstritt sie einen Versammlungsraum für die knapp 300 Organisierten, die alt und unnütz geworden nicht wussten, wie ihnen plötzlich geschah. Jetzt durften sie sogar singen. Waldeslust, am Brunnen vor dem Tore oder mitten im Winter der Mai ist gekommen. Das schreibt er, wie gesagt, im Jahre 1989. Und zum Schluss, dachte ich, lese ich noch einen Auszug aus der Blechtrommel. Ich will nochmal das zusammenfassen, was wir heute über Danzis Geschichte in der Sicht von Gras gehört haben. Zuerst kamen die Rugier, dann kamen die Goten und Gepiden, so dann die Kaschuben, von denen Oskar in direkter Linie abstammt. Bald darauf schickten die Polen den Adalbert von Prag. Der kam mit dem Kreuz und wurde von Kaschuben oder Putzen mit der Axt erschlagen. Das geschah in einem Fischerdorf und das Dorf hieß Gdanić. Aus Gdanić machte man Danzig, aus Danzig wurde Danzig, das ich später Danzig schrieb und heute heißt Danzig Gdansk. Bis man jedoch zu dieser Schreibart gefunden hatte, kamen nach den Kaschuben die Herzöge von Pomarell nach Gdanić. Die hatten Namen wie Subislaus, Sambor, Mestlin und Svantopolk. Aus dem Dorf wurde ein Städtchen. Dann kamen die wilden Putzen und zerstörten die Stadt ein bisschen. Dann kamen die Brandenburger von weit her und zerstörten gleichfalls ein bisschen. Auch Boleslav von Polen wollte ein bisschen zerstören und der Ritterorden sorgte gleichfalls dafür, dass die kaum ausgebesserten Schäden unter den Ritterschwertern wieder deutlich wurden. Ein zerstörerisches und wieder aufbauendes Spielchen treibend wechselten sich jetzt mehrere Jahrhunderte lang die Herzöge von Pomarellen, die Hochmeister des Ritterordens, die Könige und Gegenkönige von Polen, Grafen von Brandenburg und die Bischöfe von Wotswabek ab. Baumeister und Abbruchunternehmer hießen Otto und Waldemar, Burgussa, Heinrich von Plotzke und Dietrich von Altenberg, der die Ritterburg dorthin baute, wo man im 20. Jahrhundert am Hewebiusplatz die polnische Post verteidigte. Es kamen die Hussiten, machten hier und da ein Feuerchen und zogen wieder ab. Dann warf man die Ordensritter aus der Stadt, brach die Burg ab, weil man in der Stadt keine Burg haben wollte. Man wurde polnisch und fuhr nicht schlecht dabei. Der König, der das erreichte, hieß Kazimierz, wurde der Große genannt und war der Sohn des ersten Wadislaw. Dann kam Ludwig und nach dem Ludwig die Hedwig. Die heiratete den Jagiello von Litauen und es begann die Zeit der Jagiellonen. Auf Ladislaw II. folgte ein dritter Wadislaw, dann wieder mal ein Kazimierz, der aber keine rechte Lust hatte und dennoch 13 Jahre lang gutes danziger Kaufmannsgeld im Krieg gegen den Ritterorden verpulverte. Johann Albrecht hatte dagegen mehr mit den Türken zu tun. Dem Alexander folgte Sigismund der Alte oder auch Sigmund Stari genannt. Dem Geschichtsbuch-Kapitel über Sigismund August folgt das Kapitel über jeden Stefan Barthory, nachdem die Polen gerne ihre Ozeandampfer benennen. Der Belagerte beschoss die Stadt längere Zeit, die man nachlesen kann, konnte sie aber nicht einnehmen. Dann kamen die Schweden und benahmen sich auch so. Denen machte das Belagern der Stadt einen solchen Spaß, dass sie es gleich mehrmals wiederholten. Auch gefiel zu jener Zeit Holländern, Dänen, Engländern die Danziger Bucht so gut, dass es mehreren Ausländischen auf der Danziger Rede kreuzenden Schiffskapitänen gelang, zu Seehelden zu werden. Der Friede zu Uli war, wie hübsch und friedlich das klingt. Dort bemerkten die Großmächte zum ersten Mal, dass sich das Land der Polen wunderbar fürs Aufteilen eignet. Schweden, Schweden, nochmal Schweden, Schwedenschanze, Schwedentrunk, Schwedensprung, dann kamen die Russen und die Sachsen, weil sich in der Stadt der arme Polen König Stanislaw Leschinski verbarg. Wegen des einen einzigen Königs wurden 1800 Häuser zerstört und als der arme Leschinski nach Frankreich floh, weil dort sein Schwiegersohn Ludwig wohnte, mussten die Bürger der Stadt eine Million blechen. Dann wurde Polen dreimal geteilt. Die Preußen kamen ungerufen und übermalten an allen Stadttoren den polnischen Königsadler mit ihrem Vogel. Es hatte der Schulmeister Johannes Falk gerade noch Zeit, das Weihnachtslied Odo Fröhliche zu dichten, dann kamen die Franzosen. Napoleons General hieß Rapp und an denen mussten die Danziger nach einer elenden Belagerung 20 Millionen Franken berappen. Dass die Franzosenzeit eine schreckliche Zeit war, muss nicht unbedingt bezweifelt werden. Sie dauerte aber nur sieben Jahre. Da kamen die Russen und Preußen und schossen die Speicherinsel in Brand. Schluss war es mit dem Freistaat, den sich Napoleon ausgedacht hatte. Abermals fanden die Preußen Gelegenheit, ihren Vogel an alle Stadttore zu pinseln und besorgten das auch fleißig. Zu Burgharz, Rauschningens und Greisers Zeiten gab es im Freistaat nur die grüne Schutzpolizei. Das wurde 1939 und der Forster anders. Da waren alle Backsteinkasernen wieder voller fröhlich lachender Männer in Uniform, die mit allen Waffen jonglierten. Nun könnte man aufzählen, wie alle die Einheiten hießen, die von 1939 bis 1945 in Danzig und Umgebung lagen oder in Danzig zur Eismeerfront eingeschifft wurden. Das jedoch unterlässt Oskar und sagt schlicht, dann kam, wie wir erfahren haben, der Marschall Rokosowski. Der erinnerte sich beim Anblick der heilen Stadt Danzig an seine großen internationalen Vorgänger, schoss erst einmal alles in Brand, damit sich jene, die nach ihm kamen, im Wiederaufbau austoben konnten. Merkwürdigerweise kamen diesmal nach den Russen keine Preußen, Schweden, Sachsen oder Franzosen. Es kamen die Polen. Mit Sack und Pack kamen die Polen aus Wilna, Białistock und Lemberg und suchten sich Wohnungen in Danzig. Oder um Gras selbst noch mal zum Wort kommen zu lassen. Mir kam es darauf an, eine Stadt erstehen zu lassen. Und da war Danzig das Naheliegende für mich. Danzig kannte ich und Danzig wollte ich auch wieder für mich neu erstehen lassen. Wie ja überhaupt Literatur, man kann so viel reden, wie man will, in erster Linie eine Angelegenheit des Autors ist. Und die Erinnerung an Danzig war bei mir, bevor ich das Buch geschrieben habe, recht schwach. Sie ist erst mit dem Schreiben entstanden. Vielen Dank.